So, jetzt sind wir fast fertig. Die EP ist raus. Today is the day. Und wir sind in den letzten Zügen hier unser Lovemobile fertig zu bekommen. Das erste und einzige kosmische Lovemobile, das es bisher an der Street Parade gab. Kommt hinein. Hey, Tour. Insignificant people. Ein Lautsprecher. Da hat es zwei Lautsprecher. Drei ganz viele. 36 Lautsprecher. 90.000 Watt. Hier werden gerade liebevoll einige Verstärker zusammengezimmert, damit es auch ein bisschen wufft. Und dort, hier, da kommt dann das DJ-Pult hin. Von dort werden wir spielen und dahinter sind dann unsere Gäste. Und da, da ist auf einer Drehscheibe die Tesla-Spule und die Laserhafe. So, hier haben wir den Tesla-Koil. Und es ist ein sehr hoch-voltage Gerät. Basically, was es machte lightning. Und mit lightning kommt thunder. Und, was wir können machen, ist, wir können die Frequenz der Pulsen der Licht, das ist, wie die Frequenz der Thunder. Und dann, das machte die verschiedene Nöte. So, wir haben hier ein Keyboard, hier. Hooked up to the whole device. Und dann, by playing different notes, we can make the Thunder, play music. Simple. Wie ist das, Jonathan? Ich habe es gebaut. Du hast es gebaut, dann. Cool. So, nachdem ich jetzt alles organisiert und gemacht habe, können die ja alleine weitermachen. Ich haue jetzt ab. Nach einer schlaflosen Nacht im Studio haben wir uns jetzt nicht in Gala kurz noch den Truck anschauen, unser 90'000 Watt Soundsystem für morgen. Und jetzt gehe ich schlafen, damit ich auch fit bin. Well, the work's all done. I'm just going to go home and sleep. It's been tomorrow in bed and I'm going to watch it on TV. Good night. I'm off from a week. It's so good. Feeling rich. It's a brand new taste. To eat coffee, breakfast, say. And now I put on my favorite song. Nothing can stop me. Change my mood. Get my way. What should I say? I feel in the air. I feel inside.